Moin sind Leute in der Sekunde, so let's play Night to be Witched ist ein RPG-Spiel. Ich glaube, es ist mit dem RPG-Maker VX gemacht worden, bin mir nicht so sicher. Ich glaube, es ist nur auf Englisch. Always run off, remember commands, sync, blablabla. Ja, das lasse ich jetzt erstmal so, wie es ist. Ich mache direkt ein neues Spiel, es ist komplett auf Englisch. Ich versuche es simultan zu übersetzen. Dann, bitte, ich weiß nicht, Schwierigkeitsstufe auswählen. Wir haben Casual, also für den Gelingheitsspieler wahrscheinlich eher einfach, normal, hart und dann heroisch. Ich kann das mit Gamepad spielen, also mache ich das auch. Du hast Normal, möchtest du mit dieser, ja, ich möchte mit Normal erstmal starten, weil ich das Spiel nicht kenne, es ist für mich blind. Typhus Versteck und ich weiß nur, wir spielen halt Ruth hier. Unsere Heldin, ist das der Ort? Ja, und jetzt haben wir noch den Aldrin. Die Ansässigen, keine Ahnung, Dorfbewohner hier aus der Nähe haben gesehen, wie Typhus sich in diese Hühlen zurückgezogen hat. Und wir haben Stray. Na, worauf wartet ihr denn da noch? Lass uns losgehen! Okay, wir haben so ein Elf, wahrscheinlich ist dann der andere Aldrin oder wie der heißt Magier. Ähm, dein Name war Stray, richtig? Ähm, ja. Bleib hinter mir, okay? Äh, you can't avail... Okay. Äh, du kannst deine Eltern nicht rächen, wenn du stirbst. Alles klar? Oder hast du es verstanden, mehr oder weniger? Nutze einfach die... Ach, er wird der Archer, okay? Den Bogen, den ich dir gegeben habe, das wird schon alles in Ordnung gehen. Ich verspreche es dir. Äh, du kannst dich als glücklich betrachten, mein Junge oder mein Kind. Bei der großartigen Lady Ruth beschützt zu werden, ist ein Privileg, das du besser respektieren solltest. Äh, ich würde ja dabei euch helfen, ihn zu beobachten, my lady, aber ich muss nun mal, ähm, Augen auf... Warte, was? Aber I keep my eyes trained elsewhere. Ähm. Allerdings muss ich meine Augen auf etwas anderes richten. Ah, wir haben auf den anderen. Ah, verstanden. Okay, ihr kommt alle hinter mir. Monster können hinter jeder Ecke lauern und los geht's. Es tut mir leid, wenn es so behindert. Übersetzt ist den einen, haben wir gar nicht vorgestellt bekommen. Wer bist du denn? Uno. Okay, wunderbar. Also Ruth ist unser Knight, also der Soldier, unser Schwertkämpfer, Stray, keine Ahnung. Wir machen mal aus ihnen einfach einen Elfenbogenschütze. Alduin ist der Mage, wie ich es schon vermutet habe. Und Juno ist, ähm, Rouge. Wie kann man das, wissen wir, nicht wirklich wie Thief. Äh, wäre geil. Speichern, lass mal ab. Und dann gucken wir mal, was ich hier so habe. Tiefes Versteck. Da können wir hoch. Das ist jetzt so einfach. Wir haben es mega dunkel. Ich glaube, ich stehe direkt eine Chest. Ja, ich habe einen Tonic gefunden. Ich denke, das ist immer so ein Trank. Und ich habe, oh cool, 5G für Gold wahrscheinlich. Und wir machen das ganz krass. Oh, wir haben Baby Bats. Bad B. I'm a Bat. Ich liebe Fledermäuse. Oh, krass. Oh, der ist nicht so gut. Aber ist auch ein Archer. Yay. Wir waren erfolgreich und haben jetzt ein bisschen Stuff bekommen. Und vor allem XP. Also wenn die Gegner so schwach bleiben, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ein Fackel. So, wir werden jetzt hier mitten ins Geschehen reingeschmissen. Ich weiß nur, dass unsere Ruth irgendwie verzaubert wird. Und ich glaube, sie verknallt sich unfreiwillig. Und man weiß halt nicht wirklich, ist es wahre Liebe oder ist es halt nur dieser Fluch. Aber wir schauen mal uns an, wie es wird. Oh, Schleim. Ja. Komm, wir klatschen alle mal auf ein. Oh, ich finde es ganz schön gemacht, dass man oben auch sieht, wer ist wann in welcher Reihenfolge dran. Das ist nett gemacht. Gut. Ihr beiden macht mal... Ja, eigentlich kannst du dann aufs Slime B gehen, weil der eine braucht sowieso nur einen Treffer. Bam, weg. Katschen. Ist schön gemacht. Ich finde es natürlich noch richtig bombe, wenn da mehr Animationen wären wie bei Vampire's Dawn. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel etwas kostet. Ich habe es halt, wie gesagt, bei Keymailer umsonst bekommen. Habe es gesehen, habe mich registriert und habe da den Key bekommen. Das ist auch recht schnell. Also dafür nochmal danke. Okay, wahrscheinlich wird der Entwickler mich gar nicht verstehen, weil ich eine deutsche Kartoffel bin. Yay! Aber ich finde diese kleinen Animationen sehr süß. Ich sehe hier von wegen, dass der Sack aufgeht. Fun Fact, ich weiß, wie es funktioniert. Du brauchst einfach nur, ähm... Ich bin mit den Gegriffen Char-Set und Chip-Set groß geworden. Das heißt, ich platziere ein Event und habe zum Beispiel diesen Zun-Sack. Ich mache dann in dieser Event-Ebene eine zweite Seite auf und packe halt einen anderen Sprite von diesem Sack, der dann offen ist. Versehe das alles mit einem Switch und, ähm, klicke zum Beispiel in der ersten Frontkarte an. Ähm, einmal diesen Satz, du hast jetzt 8G gefunden und dann, ähm, Switch on, zum Beispiel Sack auf und auf, äh, Registrierkarte Nummer 2 ist dann halt dieser Switch aktiviert, von wegen Switch auf und dann blam. Du kannst noch einen Wait einfügen, dass es halt ein paar Sekunden braucht. Okay, es ist verschlossen. Oh, ist automatisch jetzt ein Cut-Zien. Ernsthaft? Äh, Dragon Heisman. Was für eine Art von feiger Drachen verschanzt sich hinter so einer scheiß Tür, Junge. Ich habe jetzt irgendwie keinen Schlüssel hier herumliegen sehen. Ähm, also, Uno, würdest du... Natürlich. Okay, also durch, also Lockpick ist der Sack, ist wie ein Steve. Ähm, so, also, Uno ist dein echter Name, oder? Ach, es ist die Erbkürze für Unknown, also unbekannt. Äh, all die Male, wie er gefangen wurde, hat er niemals seinen echten Namenpreis gegeben. Ach, der King, beziehungsweise der König, der Idiot, hat ihm sogar so weit vertraut, ihn, aha, für uns anzuhören, aber ich traue ihm nicht über den Weg. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird uns dem Moment, dem wir ihm den Rücken zukehren, hinter Rückser stechen. Glaubst du wirklich, dass er das machen würde? Natürlich. Warum sollte er es nicht tun? Er ist ein Assassiner. Oder ein Söldner, wie man es auch gerne als Übersetzer haben möchte. Unschuldige Menschen zu töten, ist nun mal das, was er gerne tut. Ich weiß nicht. Weißt du, ich habe jetzt nicht wirklich so die Vibes von ihm, dass er das macht. Wie? Ich weiß auch nicht. Er würde uns jetzt nicht wirklich wehtun, solange wir ihm nicht wehtun. Verstehst du, was ich meine, Kollege? So ein kleiner, naiver Junge. Hey! Ich würde mich umdrehen und sagen, er will jetzt mal die Schnauze halten, aber ist okay. Okay, alles gecleared. Ja, das ist klar. Weil ich weiß nicht, war da unten jetzt noch eben was unten links? Ja, guck mal. True! Ja, eine Potion zum Heilen. Geil, dann ist Tonic wahrscheinlich sowas für Empy. Oh, ich habe einen Leinenhut gefunden. Wie sind denn wir denn equipped? Head is nothing, also empty. Dann machen wir mal, ja, guck mal hier. Wir sind ja hier sowieso der Hero. Chainmail, das ist alles okay. Ähm, Items. Restore HAP und... Ach, 15. Okay, nee, Tonic ist wahrscheinlich das wie Tonic Water, gehe ich mal davon aus. Oder ist das wie Gin Tonic. Ähm, gibt uns dann halt ein bisschen HP, also ein bisschen Healing Points, Lebenspunkte. Während dann die Potion ein bisschen stärker... Fucking ist. Ruth Party was surprised. Oh, toll. Jetzt dürfen die zuerst angreifen. Oh, ich glaube, den Alduin müsste ich auch mal heilen. Ich weiß auch gar nicht. Die haben auch noch Attacke. Ruth ist jetzt dran. Was hast du für Skills? Hide. Wow, Zielen. Aim discovery, guaranteeing assistive charge. He has a higher. Okay, ähm. Wenn ich jetzt aim, also Zielen mache, dann, ähm, ist die Chance, dass ich einen Critical Hit oder beziehungsweise generell treffe, höher. Und, was hast du für Skills? Moment, Skills. Restore a large amount of health. Oh ja. Ja, 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 ja. Hier, heil dich mal selber. Und was hast du für krasses Skill? Backstab. Das, wovon wir gerade redet haben. Ja, war mal hier ein Backstab, Junge. Shit. Das ist verkackt. Es ist praktisch an einem Livestream. Da kann man nämlich absprechen, ob ich das überhaupt übersetzen muss oder nicht, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie der Englischstand desjenigen ist, dazu guckt. Ich meine, ich bin jetzt nicht Englisch immer. Es ist nicht meine Native Language. Bin recht früh mit Englisch groß geworden und hab da auch einen Sprachzugang, aber ich kann nicht Simultanes übersetzen, weil ich nicht jedes Wort kenne und mir fällt es schwer, bleib ich halt nah am Text und dann mach ich es extrem frei und ich hab da echt so ein bisschen, ähm, Schwierigkeiten, mich vom Text zu lösen. Ich weiß nicht, da hätte ich jetzt durch die große Tür gehen sollen. Das sieht aus wie ein krasses Labyrinth, aber hier ist nur so viel Stuff, was ich einfach nochmal Tonic, mitnehmen möchte. Da unten ist nisch. Oh fuck. Ach komm, hier noch ein bisschen Farm, ein bisschen XP. Und bis jetzt brauche ich jetzt auch keine Skills irgendwie anwenden und einfach draufdonnern. Siehst du ja, der Slime hier, der, der, kein Problem genau wie die Fledermäuse. Yeah, wir waren erfolgreich. Und ist das Level, war das 3 oder 3? Ich hab da gar nicht richtig hingeguckt. Truhe! Oh, Ether. Ether, also Ether ist dann definitiv, ähm, für MP Life Powder ist wahrscheinlich so was wie Trank der Ewigkeit, Vampire's Dawn, oder um Starre zu heilen, also tot. Na ja, ich bin ja so ein kleiner RPG-Veteran. Es ist halt, ich mach so was echt gerne. Ich beschäftige mich total gerne damit. Ich hätte auch Bock da wirklich weiter an meinem eigenen Projekt oder an Projekten zu arbeiten. Ich würde gerne zum Beispiel an Undertale als Fanprojekt natürlich anknüpfen und zwar so eine Art Vorgeschichte mit den sechs toten Menschen dann letzten Endes, dass man so ein bisschen etwas so Fanfiction-mäßig über die erfährt. Da würde ich gerne was machen, mein eigenes Spiel promoten oder was vom Moten ist, mal weitermachen. Lockpick. Kaputtklatschen. Komm, tritt ein, die scheiß Tür. Irgendetwas blockiert die Tür von der anderen Seite. Ich könnte diese Tür in Brand setzen, aber das wird mir immer noch nicht verraten, was sich auf der anderen Tür befindet, auf der anderen Seite befindet, die dumme Nuss. Nein, krabbelst du jetzt rein? Ich habe eine Idee. Ich werde einfach durch dieses Loch kriechen und von der anderen Seite die Tür aufschließen. Warte mal, du kannst doch nicht... Auf die andere Seite. Verdammt, dieser idiotische Junge. Er wird noch bei sich selbst... Er wird noch getötet, wenn er nicht weiter aufpasst. Der Idiot. Wir sollten ihm nicht erlaubt haben, mitzukommen. Jetzt sei doch nicht so hart mit ihm. Geh doch mal einfacher mit ihm ins Gericht, Alduin. Was würdest denn du tun, wenn dein ganzes Dorf, ja, in den Grund und Boden gebrannt wurde, wohl eher gestampft? Wenn deine Eltern gequillt worden wären, genau vor deinen Augen. Ja, du wärst ja auch drauf und dran, dich einem Trupp anzuschließen und dann alles zu rächen, ne? Genau. Du würdest genauso wie er Rache haben wollen. Wenn wir ihm nicht diese Möglichkeit gegeben hätten, mit uns mitzukommen, wäre er allein so oder so losgezogen. Und wenn er das getan hätte, wäre er tot. Gut. Ich nehme an, ihr habt recht, my lady. Gut gemacht, Stray. Heißt Stray nicht irgendwie so was wie Streuner? Piece of cake. Also easy peasy, lemon squeezy. War jetzt nicht so wild. Ich weiß nicht, ob ich hätte jetzt zurückgehen sollen zu dieser dicken Tür. Weil ich nicht weiß, wo richtig und falsch ist. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Weil ich mir einfach gerade mega unsicher bin. Bei großen Türen sieht es schon halt so imber aus, ne? Ist hier noch irgendwie was an Stuff, was ich mitnehmen kann? So quasi auf dem Rückwisch hier. Ne, ne? Da habe ich... Doch, doch, doch. Guck dir doch mal die dicke Truhe an, Mann. Crossbow. Also so ein... Oh Gott. Es ist jetzt kein... Ähm... Doch, es ist, ähm... Eine Armbrust. So. Ich habe gerade überlegt, weil es gibt ja langen Bogen, Compound-Bogen. Boah, gar nicht. Warte für Bögen. Ich bin noch nicht so gut dran. So, klatsch wie die K.O. Warte mal, wo war denn jetzt die Doppeltür? War die auch hier oben oder war die bei da unten? Aber bis jetzt klappt das noch relativ gut mit dem freien oder, ja, Textnamen übersetzen. Boah, ich sehe es schon kommen, wenn da irgendein Wort oder mehrere Wörter auftauchen, die ich nicht kenne, dann ich sage jetzt schon mal an dieser Stelle, tut es mir leid. Bitte habt erbarmen. Ne, ich versuche so gut wie es geht, alles ordentlich zu übersetzen. Scheiße, Mann. Ich habe die Orientierung verloren. Warte, ach nee, ich musste hier, glaube ich, musste ich hier raus? Hallo? Du hast... Ach, wir sind durch die dicke Tür gegangen. Okay, ich habe die Orientierung verloren. Das ist nicht so schlimm. Ich würde den Part jetzt sowieso an dieser Stelle beenden. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und wei.